Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac, den dritten Samsung 3. Ich glaube, dieser Wann könnte etwas werden. So einen guten Wann hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Wieso habe ich das jetzt getan? Ich habe doch den Dr. Kitas. Das beste Item aller Zeiten. Na gut, es gibt einen besseres, aber es ist eins von den Lieblingsitems. Wer jetzt erst reingeschaltet hat, sieht, warum es eins von den Lieblingsitems ist. Sag das, wie ich es mir gedacht habe. Also wie ich es mir geglaubt habe. Er ist der Champion. Ich habe mich gewundert, wo sein Job bleibt. Ich habe jetzt ein Pick-up. Lock mir Seelenherzen. Wenn der Satan heute nicht klappt, bin ich aber echt enttäuscht von mir. Wir haben auch schon einen Plan, wie wir den Womp 2 umgehen können. Ja, haben wir schon alles, was wir brauchen? Schön. Ne, ne, das brauchen wir nicht. Ja, haben wir schon Homing Bombs? Ach, verdammt. Wir bekommen einen normalen Meat Boy. Ich hätte lieber den Kopf behalten. Dem sagen. Irgendwer hat der Tod dem merkwürdig ausgesehen. So, wir müssen die Sensen erledigen. Verdammt. Wir waren irgendwie gerade zu langsam und zu schlecht. Hör auf damit. Höh, verdammt, dein Pferd. Wenigstens sind die Nights kein... Moment, das sind ja die ersten Nights, die wir sehen. Was denn alles in der Welt? Normalerweise kommen die so oft. So, das Pferd muss noch erledigt werden. Es wird jetzt nicht so leicht. Wie könnte ich denn das jetzt am besten erledigen? Am besten ist es wahrscheinlich, die Bombe hier hinzuwerfen und zu hoffen, dass wir irgendwann treffen. So, so klappt es nicht. Das ist ja sehr kompliziert, gebe ich zu. Verdammt. Das Pferd ist zu schnell. Oh, sehr schön. Na dann, wir haben Meat Boy. Und wir gehen weiter. Und bekommen auch noch ein weiteres Herz. Naja, schauen wir mal kurz. Joker. Jetzt haben wir den Angel Vroom. Jetzt hohe wir eh in den Sheol kommen. Zack. Sieht gut aus, dass ich heute zwei Endings zeigen kann. Nun, jetzt müssen wir es nur noch hinbekommen. Da ist schon der Siegbeton. Schön. Da werden wir mal unsere Münzen reingeben und hoffen auf, wir haben jede Menge Seelenherzen. Oh, schön. Ein Lucky Toe. Naja, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Wir sehen jetzt jedenfalls, was es hier gibt. Und können ohne Umschweifel zum Boss gehen. Den ganzen Labyrinth erforschen. Werden wir jetzt wohl nicht mehr tun. Wir werden versuchen. Ja, ich werfe mein Leben weg, weil ich Videospiele spiele. Finde ich nicht. Ich bleib beim Pink ja, auch wenn ich nicht glaube, dass das was bringt. Ein Dr. Fetus zusammen. Vielleicht gibt's ja doch was. Genau das wollten wir sehen. Wir wollen noch mehr Seelenherzen haben. Hoffentlich fängt Super Meat Boy nicht an, die Bomben von Dr. Fetus herumzuschleudern. Das wäre unangenehm. Sehr schön. Komm, ja. Und noch mehr bitte. Schön. Fällt mir. Ich bin einfach glücklich hier gerade mit diesem One. One, wo mal wieder alles stimmt. Okay, jetzt ist ein Seelenherzen in One. Aber manchmal ist ein Seelenherzen in One das Beste, was man kriegen kann. Nö, ich geb nicht auf. Wir sind kurz vorm Ziel. Gut, ausgetauscht. Größere Chance auf Seelenherzen, wenn man Mouse Pearl hat. Ach, hier sind jetzt zu viele Twinkets. Nein! Und. Auch eine Tarotkarte. Die Stärke. Die werde ich dann beim Satan benutzen, denke ich. So. Ach, hier sind zu viele Twinkets. Und der letzte. Naja, ich lass dich mal hier. Vielleicht find ich noch ein paar Münzen. Äh, hallo. Zweimal Loki. Erstmal kümmern wir uns um den hier. Der sollte eigentlich gleich kaputt sein. So, jetzt dich. Ich hab wieder normale Bombe gelegt, versehentlich. Und zack. Erledigt. Hallo, Monster 2. Dich kriegen wir schon irgendwie klein. Ach ja, er macht jetzt noch einen. Und mit der Bombe werden wir auch gleich alle Fliegen erledigen. Würde ich eigentlich sagen. Na los, mach deinen Dream. Zack. Und nochmal. Und Super Meat Boy hilft uns auch gerade. Und noch ein Seelenherz. Creed und Super Creed. Ich wusste doch, dass Super Meat Boy hier Bomben rumwerfen kann. Dampf nochmal. Äh, für wen ist jetzt eigentlich das Ding? Für Fistula oder für die Greed? So kann ich für Fistula. Aber ich will erst mal die Greeds wegbekommen. Shit. Hier ist gerade zu viel los. Die Greeds sind jedenfalls beide weg. Und jetzt muss nur noch Fistula erledigt werden. Bei Meat Boy sei mal nützlich. Gerade bist du nämlich nicht nützlich. Jetzt bist du wieder nützlich. Äh, achso, der hielt in der Tür fest. Interessantes. Und. Gut. Eine Truhe gab's. Mit noch einem Seelenherz. Dein Schlüssel hab ich gehört. Tierstar und Nadie werden wir nicht nehmen. Ach, was für ein einfacher Raum von Satan. Okay. Hinein. Hoffentlich hab ich keine Probleme jetzt mit The Fallen. So. Ich hab jetzt irgendwie erwartet, dass du dich gleich in zwei Schwaldes fallen. Was wird er jetzt tun? Und zack. Jetzt schön in Bewegung bleiben. Ihr sollst jetzt nicht auf Yatan zielen. Gut, der erste Fallen wäre erledigt. Den zweiten haben wir der nächsten Bomber auch. Und zack. Und unserer üblichen Taktik. Naja, ein bisschen anders als sonst. Verdammt. Dein Kugelhage. Aber wir haben noch so viel Energie. Okay, nächste Phase. Ich glaube, Supermipo hätte auch ein bisschen geholfen. Immer schön die Bomben werfen. Shit, nein. Naja, noch sind die Seelenherzen nicht erledigt. Bomben, ihr seid mir gerade ein bisschen gefährlich drauf. Auf. Okay. Na, das war kein großes Problem. Weil es Spaß macht. So, dann werden wir uns mal wieder das Satan-Ending ansehen. Die Credits laufen lassen. Dann sehen wir uns Ending 4 und 5 an. Ich habe schon lang keinen so guten One mehr gehabt. Der letzte geile One, den ich hatte, war mit Maggie gewesen. Als ich zur Kategorale gegangen bin. Da habe ich ein Item bekommen vom Teufelsbettler. Das hieß Sacred Heart. Da hat man riesige weiße Tränen gehabt. Die haben einen Mordschaden gemacht. Und waren sowas von schnell. Und dann haben sie ja auch noch auf die Gegner gezielt. Also, die Gegner und Busse waren eine Sache von Sekunden. Noch viel, viel schneller gegen die als hier mit dem Dr. Fetus. Jetzt, wo wir es mit allen Charakteren durch haben, müsste eigentlich Blue Baby drankommen. Aber das ist ein sehr, sehr komplizierter Charakter. Mit dem dauert das lang. Deswegen möchte ich erstmal mit den anderen Charakteren, die einen normalen Lebensbalken haben, in die Kathedrale gehen. Und wenn das mit denen erledigt ist, dann wird Blue Baby drankommen. Mal gucken aber, ob ich mit ihnen beides mache oder nur eine Herausforderung. Der ist schon schwer genug. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen, dass wir hier immer nicht mal mit den Charakteren durchgegangen sind. Und ich habe auch schon gehört, dass einige Leute sich das Spiel gekauft haben, was sie mir zugesehen haben. Das finde ich großartig. Weil das Spiel macht mir immer sehr großen Spaß. Ich mag Zufallsspiele. Sowieso. Und das ist ja wohl ein absolutes Zufallsspiel. Heißen auf Rogue-like, wovite ich weiß, weil das allererste Spiel mit diesem Zufallsspensiv dürfte wohl Woke gewesen sein. Vielleicht hieß es auch Woke-like, bin mir grad nicht sicher. Ja, so Fallen und Satan hatten wir ja bereits. Äh, ja, wir konnten jetzt erst zu lösen, Blastika heißt irgendwie falsch rum. Achso, Fallen und Satan waren für den Teufelsraum. So, ähm, Y-Options, nicht Y-Options. Stats. Ending 4 erstmal. Der Quarter. Ehrlich gesagt, dieser Sound, der da im Hintergrund lief, erinnert mich an Zylda. Stats. Ending 5 kriegen wir genug. Ja, wie ihr sicher erraten habt, das war das Dr. Fetus Ending. Wenn man den Mams, äh, wie war das? Mams hat 5 mal besiegt, bekommt man den Dr. Fetus, den wir ja hatten. Absolute Super Meat Boy-Anspielung. Super Meat Boy werde ich auch noch erzählen. Bevor das hochgeladen ist, habe ich es vielleicht schon aufgenommen, wer weiß. Jedenfalls werde ich mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, das war ein großartiger Run. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Run wieder. Bis zum nächsten Mal.